Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, mittlerweile Episode Nummer 20 beim Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Ich hoffe, ihr hattet, wie jede Woche, eine wunderschöne Woche, konntet vielleicht so den ein oder anderen Schönwettertag ausnutzen, zumindest hier in Tirol gab es den ein oder anderen relativ schönen Tag und das nutzt man dann natürlich auch ein bisschen für Training und so weiter. Wir befinden uns ja gerade wettertechnisch und jahreszeitentechnisch in einer irgendwie verrückten Zeit. Es gibt auf 2000 Meter noch massig Schnee, aber irgendwie ist alles sulzig und nass und irgendwie zum Wandern nicht hart genug. Weg ist aber irgendwie auch nicht, also weiß man nicht so ganz, was man machen soll. Und ja, es ist gerade echt, echt schwierig, auch für Skitouren ist es zurzeit echt schwer, da muss man schon richtig hoch hinaus, damit man noch schöne Bedingungen, gute Bedingungen vorfindet. Also wir leben gerade in einer etwas konfusen Zeit. Mai, finde ich, ist es nicht, es hat gerade irgendwie so ein bisschen ein Anfang-April-Feeling, vielleicht kommt da ja jetzt dann bald der Sommer. Naja, wäre zumindest zu wünschen. Ich leite diese Episode mit so einem, ja, flachen Thema ein wie dem Wetter, weil heute geht es um ein recht steiles Thema. Steil deshalb, weil ich eigentlich gar nicht gern darüber sprechen möchte, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich darüber sprechen muss. Es gibt irgendwie in der Community, aber auch in mir selber so einen kleinen Teil, der sich so ein bisschen Gedanken über die Welt da draußen in den Alpen macht, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Und ich glaube, wir haben das in vielen Episoden des Alpcasts schon besprochen, in der Episode Hass am Berg beispielsweise haben wir uns damit auseinandergesetzt, was der Egoismus in den Bergen mit uns eigentlich macht. Ich möchte aber heute ein bisschen über eine andere Seite des Alpen und des Alpinismus reden, nämlich über die, ja, die Einschätzung und die Selbsteinschätzung, die manche Leute von sich selbst haben und vornehmen. Das Problem mit den Redenschwingen über Self-Promoter ist so ein bisschen, dass ich mich damit in eine fast schon doppelmoralische Situation begebe. Ich fühle mich selbst zwar nicht als Self-Promoter, also ich stelle mich nicht, ich bin kein Selbstdarsteller in dem Sinne, zumindest fühle ich mich nicht so, aber nach außen hin kann man schon dieses Bild oder zumindest diese Wahrnehmung haben, dass ich ein Selbstdarsteller bin. Vielmehr verstehe ich mich selbst aber zumindest in der Rolle als Schauspieler. Also die Rolle, die ich in der Alpenacademie gerade in den Grundlagenkursen, aber auch in anderen Formaten immer wieder gebe, ist eine Rolle des Moderators, aber auch irgendwo eine des Schaustellers. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich einfach viele meiner Charakterzüge und viele meiner Inhalte auch irgendwo anders präsentieren würde, wenn ich jetzt in einer privaten, persönlichen Runde wäre. Und ich glaube, das gehört auch irgendwo dazu, dass man Privatleben von einem gewissen öffentlichen Leben trennt und da vielleicht auch gewisse Unterschiede vernehmen kann. Interessant finde ich es deshalb trotzdem, darüber zu sprechen, wie Self-Promoter, aber generell Promoter der Alpen, direkt und indirekt eine Auswirkung auf die Entwicklung in den Alpen haben. Und auch auf das Untereinander. Zumindest bei mir selbst kann ich einige Veränderungen in der Wahrnehmung bei Personen, wenn ich mit Personen zusammen unterwegs bin oder auf Personen treffe, feststellen. Die Self-Promoter, die Leute, die sich selbst gerne präsentieren, egal ob im Internet oder irgendwo mitten am Berg und sich gerne darstellen als Spitzenathleten oder sonst was, die waren mir immer schon irgendwie ein bisschen suspekt. Also ich rede jetzt hier ganz aus meiner persönlichen Wahrnehmung und aus meiner persönlichen Meinung. Ich spreche jetzt hier nicht über harte Fakten. Suspekt waren sie mir immer deshalb, weil ich nie verstanden habe, warum Menschen es notwendig haben, sich selbst nach außen nochmal intensiver zu präsentieren, als sie es eh schon tun. Mit meiner reinen Anwesenheit am Berg zeige ich mich selbst doch ohnehin schon der Öffentlichkeit. Insofern verstehe ich nicht ganz, wieso Leute dann noch auf der Meinung sind, dass sie besonders schnell überholen müssen oder besonders sportlich aussehen müssen oder in besonders neonfarbenen Gewändern herum stolzieren müssen. Insofern, das habe ich nie so ganz begriffen. Ich habe auch nie so ganz begriffen, warum man sich selbst auf einer Bergtour zehnmal in der Minute fotografiert, um das dann auf Instagram zu posten. Ich mache das persönlich sehr, sehr selten. Ich mache eigentlich zu 99 Prozent, das sieht man auch in meinem Instagram-Feed, Landschaftsfotos. Denn ich finde, die Landschaft ist erstens mal zehnmal schöner als ich und zweitens, mein Gesicht sieht man doch ohnehin auf YouTube im Prinzip den ganzen Tag und ausschließlich. Also verstehe ich nicht so ganz, was es jetzt nochmal bringt, nochmal so viel mehr aus meinem Leben heraus zu dokumentieren, weil ich selbst auch nicht nachvollziehen kann, wie man sich für sowas interessieren kann, für die ganzen Selfie-Collections von diversen Influencern. Insofern, da geht mir nicht so wirklich ein Licht auf. Hin und wieder findet man auch in meinen Storys ein Foto von mir, wenn es gerade richtig hart am Regnen ist oder sonst was. Aber das hat immer irgendeinen Bezug zu dem, was gerade passiert. Das macht schon Sinn, dass man dann mein Gesicht darin sieht. Aber es hat auch etwas von Selbstdarstellung, auf jeden Fall. Ich kann mich da nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber irgendwo, was ich gegenüber anderen Leuten nicht mache oder ganz im direkten Vergleich zu anderen Leuten nicht mache, ist dieses Fotos von einem selber am Berg machen, dann posten, dann nochmal ein Foto machen, dann wieder posten und so weiter. Also immer, wenn man Fotos von mir in egal welchen Kanälen sieht, ist das alles schon längst passiert. Es ist schon längst vorbei. Ich bin in den Bergen im Prinzip offline. Es ist abgesehen von meiner Serie Training für die Berge, wo ich gerne mal die Kamera auch mitnehme zum Trainieren, was aber für mich nicht so viel mit einer Bergtour zu tun hat, was vielleicht viele aus dem Flakland auch nicht ganz so nachvollziehen können, weil für viele Leute das Bergland eben immer eine Art Urlaub darstellt. Aber nachdem ich im Bergland wohne, ist für mich das nähere Bergland kein richtiges Bergsteigen mehr, sondern hat eher was mit Trainingseinheiten zu tun. Insofern nehme ich die Leute sozusagen nie oder selten direkt unmittelbar auf die Bergtouren mit. Hin und wieder sieht man dann eben Tourguides oder sonstige Dokumentationen auf YouTube oder vielleicht mal ein Bild von der Tour auf Instagram. Aber viel mehr kriegt man von meinen Bergtouren eigentlich nicht mit. Und das ist schon ganz bewusst so gewählt. Es ist kein Unfall oder Zufall, dass ich mich nicht mehr nach außen hin präsentiere. Und es gibt viele Influencer, auch Berg-Influencer, die das sehr gerne machen, weil es scheinbar auch sehr, sehr gut ankommt. Die Frage ist auch immer, was für eine Message wir damit ausstrahlen. Ich habe mich in einer Podcast-Episode aber schon mal mit der Thematik Influencer beschäftigt. Deswegen will ich darauf jetzt gar nicht so ins Detail reingehen, weil das kennt man jetzt alles schon, wenn man den Alpcast länger verfolgt. Ich möchte mehr darüber sprechen, was für Personen hinter dem Self-Promoter eigentlich stecken. Ich habe mir da über die Jahre eigentlich so ein bisschen selber ein Bild gemalt. Und ich habe dazu keine wissenschaftlichen Studien gelesen. Ich habe dazu nicht mit Psychologen gesprochen, sondern ich habe mir einfach über die Jahre eine Meinung gebildet. Und diese Meinung beinhaltet unter anderem, dass ich glaube, dass diese Menschen ein sehr, sehr dringendes Geltungsbedürfnis haben. Und ein sehr dringendes Bedürfnis danach, der Welt zu zeigen, dass sie eigentlich besser sind, als alle anderen annehmen. Und wenn ich mir die Profilbilder von manchen Leuten bei WhatsApp oder auf Facebook anschaue, oder wenn ich mir die Instagram-Feeds von anderen Leuten anschaue, teilweise auch aus meiner Zuschauerschaft, dann frage ich mich manchmal schon, mit was für einer Message dieses Bild einhergeht. Da sind dann spektakuläre Bilder, wie jemand ungesichert in einer Felswand drinnen hängt. Und manchmal denke ich mir, ob diese Leute tatsächlich nur darauf aus sind, dass sie von anderen dafür beachtet oder geachtet werden. Denn in erster Linie ist für mich klar, dass viele Bilder, nicht alle, aber viele Bilder natürlich nicht so stattgefunden haben in dem Ausmaß oder auch nur einen ganz anderen Anschein machen, als es in der Realität war. Es gibt dieses berühmte Foto, wo ein Mann, ich weiß nicht, ob man das kennt, hier im europäischen Raum ist das eher unbekannt, wo ein Mann auf dem Boden liegt, auf einem Felsboden, irgendwo in Colorado. Und es sieht so aus, als würde er Free Solo über eine Wand hochklettern und unter ihm wären 1000 Meter Abgrund. Und er könnte sich an den kleinsten Leisten und Griffen halten. In Wirklichkeit liegt er aber eben auf dem Boden. Aber es ist eben der Anschein, der das Ganze so spektakulär erscheinen lässt. In dem Fall ist es aber eine humoristische Aufarbeitung dieses Themas, denn er macht sich ganz direkt damit darüber lustig, denn er klärt in einem weiteren Bild bzw. in einem Video den ganzen Witz dahinter auf. Und damit ist es auch eigentlich wieder irgendwo lustig. Aber wenn man so ein bisschen näher darüber nachdenkt, dann merkt man erst, auf was für einen Felsen er damit draufgebissen hat. Denn tatsächlich ist es so, dass wir sehr dramatische Bilder entwickeln wollen, um Leuten zu imponieren. Und ganz unabhängig davon, dass ich mit diesem Ansatz von sozialen Kontakten nicht viel anfangen kann, diesem Imponieren, ist es auch etwas, was uns in unserer Berggemeinschaft durchaus stören könnte. Zumindest ist das meine Auffassung. Wenn ich immer, wenn ich auf Tourenpartner suche, gehe, darauf achte, dass die Leute keine selbstgefälligen Bemerkungen von sich geben, keine besserwisserischen Kommentare, keine leichtfertigen Touren vorschlagen, dann hätte ich wahrscheinlich fast keine Tourenpartner. Und so sieht es in der Realität auch aus. Ich habe fast keine Tourenpartner. Denn ich suche mir meine Tourenpartner tatsächlich danach aus, ob sie versuchen, mit Arroganz und einem sehr, sehr, ja sagen wir, gesteigerten Selbstbewusstsein quasi auf mich herabschauen und mich gnädigerweise mitnehmen. Oder ob sie gleichwertig einfach sagen, ja, ich habe eine coole Tourenidee, möchtest du mich mal dorthin begleiten? Das sind für mich zwei verschiedene Welten. Und die eine Welt finde ich hochsympathisch und die andere sehr unsympathisch. Und ich glaube, man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, welche hier welche sein soll. Ich kriege immer wieder aus der Community Anfragen, ob ich nicht mal die Tour mitgehen möchte, ob ich nicht mal jene Tour mitgehen möchte und so weiter. Und aktuell geht wegen Corona sehr, sehr wenig, muss ich ehrlich sagen, weil, naja, Corona halt. Und wir sind insofern ein bisschen beschnitten, was das betrifft, weil ein Großteil der Community aus Deutschland kommt oder aus dem bayerischen Raum auch, was natürlich auch Deutschland ist, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und dementsprechend sind diese Touren in Bayern und so aktuell echt gar nicht möglich. Bald wird sich das ändern, aber zur Zeit ist das natürlich schwierig. Und ich beobachte sehr genau bei solchen Anfragen, wer mich da anfragt und ob ich diese Person schon kenne, ob ich mit dem schon mal Kontakt gehabt habe und ob dieser Mensch in dieser Zeit, in der ich vielleicht schon mal mit ihm gesprochen oder geschrieben habe, sympathisch war oder nicht und was er geschrieben hat. Und vor allen Dingen mache ich mir auch ein Bild davon, wie dieser Mensch mit mir jetzt in diesem Moment kommuniziert. Es macht einen Unterschied, ob jemand schreibt, ich habe eine interessante Tour-Idee, aber ich habe eben keinen Partner und alleine möchte ich es nicht machen. Möchtest du mitkommen? Oder ob jemand schreibt, ich mache morgen das und übermorgen das. Ich hätte mir gedacht, vielleicht hast du Interesse daran mitzukommen. Ich bin nicht gerne, und das gebe ich gerne zu, da bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht gerne der Beiwagen einer Tour, sondern ich bin gerne ein ganz normaler Teil der Tour, ein Partner in einer Tour. Und wenn mich jemand so anfragt, nach dem Motto, ich mache irgendwas, was teilweise vielleicht vollkommen irre ist und gefährlich, willst du nicht mit dabei sein, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, diese Leute suchen einfach nur einen Buhmann, wenn es schief geht und suchen aber jemanden, dem sie das sozusagen dann unter die Nase reiben können, wenn sie es schaffen. Und solche Anfragen kriege ich tatsächlich zuhauf. Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, dass ich sage, das muss ich dann leider ablehnen. Denn das ist einfach auch für meine psychische Gesundheit nicht gut, wenn ich mit solchen Leuten zu viel verkehre. Ich verliere da irgendwo den, ja, ich verliere da den Glauben an die Menschheit. Denn Fakt ist irgendwo, wenn ich nur deshalb mitkomme, weil ich vielleicht die Tournerfahrung habe, um ihm dann von etwas abzuraten, nur damit er oder sie mir dann widerspricht, es macht, es zufälligerweise funktioniert, und mir das dann unter die Nase reiben kann, nein, dafür gehe ich in der Tat nicht in die Berge und schon gar nicht mit anderen Menschen. Ich hatte erst gestern wieder ein interessantes Erlebnis. Ich war gestern trainieren in der Nordkette hier in Innsbruck und es war verdammt hässliches Wetter. Es hat geregnet, geregnet, geregnet. Es waren wirklich keine schönen Bedingungen zu trainieren. Aber wer mich kennt, weiß, ich trainiere bei jedem Wetter. Kurz zuvor bin ich losgestartet und da hat es eben noch nicht geregnet. Und da habe ich gesehen, dass fünf oder sechs Personen, glaube ich, waren es, auf dem Weg in die Nordkette zu einem Gipfel waren. Sie waren sehr schlecht ausgerüstet. Es waren fünf oder sechs Studenten. Es tut nichts zur Sache. Es waren relativ junge Leute. Man hat ihnen angesehen, sie sind nicht aus der Gegend. Ich wusste anhand des Weges, ich möchte da nicht näher in die Details gehen, ich wusste anhand des Weges, wo sie hinwollten und dementsprechend wusste ich auch, was sie erwarten könnte, wenn es jetzt hier zu einem Schlechtwettereinbruch kommt. Sie hatten T-Shirts an und Jeans und hatten die Schulrucksäcke um und ich wusste natürlich nicht, was drinnen ist, aber es war eiseiskalt und selbst war ich, ich war laufend mit einer Jacke unterwegs und sie hatten nur T-Shirts an. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht sehr viel und nicht sehr korrekte Ausrüstung dabei gehabt haben. Jedenfalls gingen sie immer weiter rauf und ich dachte mir, was wäre jetzt, wenn ich in dieser Gruppe drinstecken würde? Diese Gruppendynamik würde irgendwo dafür sorgen, dass einer sagt, ja, gehen wir weiter und dann sagen irgendwie alle, ja, okay, gehen wir halt weiter, weil halt auch irgendwo keiner der Buhmann sein möchte und dann heißt es vielleicht, naja, du bist ja der Feigling, weil du glaubst, dass schlechtes Wetter kommt und so weiter. Ich glaube, jeder in dieser Gruppe hätte Sorge gehabt, sozusagen das feige Huhn zu sein, wenn er sagt, ich will hier nicht mehr weitergehen, denn es könnte jetzt echt bald schlechtes Wetter kommen und die Tour ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Jetzt frage ich mich aber letztlich, wer hat hier jetzt den Fehler gemacht? Hat die Person den Fehler gemacht, die nichts sagen wollte, weil sie Angst davor hatte, irgendwie sozial dann ausgegrenzt zu werden, weil alle sind cool in der Gruppe und deswegen muss man auch selber irgendwo cool sein und deswegen macht man einfach das, was jetzt alle sagen. Ironischerweise kann ich mir vorstellen, dass sich in so einer Situation, weiß ich nicht, vier von fünf Leuten genau das gleiche denken, nur keiner traut sich es auszusprechen und jeder hofft irgendwie, dass es wer anderer tut. Insofern, ich weiß es nicht so recht, aber ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und ich beobachte das in der jüngeren Generation. Also ich bin jetzt echt in einer, ja, jetzt fließt mir gerade eine traurige Träne über die Wange, weil ich sagen kann, dass es Bergsteiger gibt, die jünger sind als ich. Aber naja gut, daran werde ich mich auch noch gewöhnen. Jedenfalls, ich glaube, dass das durchaus auch ein Problem der jüngeren Generation ist, dass man in diesen sozialen Gruppen nicht irgendwie als jemand durchgehen möchte, der sehr feige ist oder der vorsichtig ist. Und ich habe das nämlich gerade bei den Anfragen jüngerer Zuschauer, aber auch jüngerer, einfach fremder Leute quasi aus der Stadt, dass hier eine gewisse Naivität gegenüber den Bedingungen zum Beispiel vorherrscht und auch eine gewisse Naivität gegenüber dem Ernst der Lage in einer akuten Situation. Manchmal denke ich mir dann, ich kann es mir fast nicht leisten und das ist jetzt, ja, das ist jetzt schon etwas, ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr intimer Gedanke von mir, aber es, manchmal denke ich mir schon, ich kann es mir nicht leisten, jetzt mit diesen Leuten mitzugehen und dann aus Vorsichtsmaßnahme zu sagen, halt, stopp, wir können hier nicht weitergehen, es wird hier einfach zu riskant. Ja, es kann gut gehen, aber es kann auch richtig beschissen werden und die Person mir gegenüber dann sagt, ach, scheiß dir nicht in die Hosen, gehen wir weiter und es dann da zu einer Diskussion kommt, ich letztlich aber trotzdem abbreche, denn ich lasse mich von meinen eigenen Überzeugungen definitiv nicht abbringen, von niemandem, was den Aspekt der Sicherheit am Berg betrifft und würde dann umkehren und der würde dann aus Trotz wahrscheinlich auch irgendwo alleine weiterziehen und wenn er es schafft, schön, dann wird er mich wahrscheinlich dafür auslachen, da stehe ich zwar drüber, aber der wird dann dementsprechend eine, die, die, die Meinung davon haben, dass ich quasi sehr feige bin. Ich störe mich nicht daran, wenn andere Leute so eine Meinung über mich haben, ich bin ein sehr, sehr vorsichtiger Bergsteiger und das ist auch der Grund, warum ich viele Situationen, die sehr, sehr eng waren in meinem Leben, überlebt habe und dementsprechend könnte ich damit leben, aber ich möchte hier nicht ein falsches Bild vermitteln, gegenüber den, der Allgemeinheit und vor allen Dingen gegenüber den Leuten, die mit mir Touren gehen und wenn jemand sehr stur und naiv in seinen Ansichten ist, dann habe ich persönlich Angst, dass die Message nicht ganz ankommt, wenn ich sage, dass es hier zu gefährlich wird. Nicht im Sinne von, wenn du das machst, stürzt du jetzt ab, sondern im Sinne von, das Risiko ist jetzt so groß geworden, dass es eigentlich Zeit ist, sich zu fragen, ob es das jetzt wirklich wert ist und wenn jemand ein Risiko nicht einschätzen kann, dann sieht er natürlich auch nicht die Gefahr dahinter und ich denke da gerne an, wie ihr wisst es vielleicht, aus Training für die Berge diese Woche, wenn ihr diese Episode gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich in einer Trainingstour vor einer großen Schneeflanke umgekehrt bin und genau so eine Situation zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass andere Leute, die einfach weniger Erfahrung mit Nassschnee und so steilen Nassschneeflanken haben, einfach sagen, ich gehe da jetzt einfach drüber und es könnte, und da bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich auch funktionieren, dass man da raufkommt, auf den Gipfel gehen kann und wieder runter gehen kann. Ich würde sagen, die Chancen liegen 50-50, dass das gut geht. Aber das heißt auch, dass 50-50 die Chance besteht, dass das Schneebrett eben abgeht und ich tot bin, denn den Sturz ins tiefe Tal hätte ich nie und nimmer überlebt. Die Frage ist jetzt also, ist es mir das wert, 50-50 das Risiko einzugehen und mir persönlich ist es das nicht. Aber für jemanden, der dieses Risiko nicht wahrnehmen kann, weil er es vielleicht nicht einschätzen kann, weil er vielleicht die Erfahrung nicht hat, ja, für den ist es nicht 50-50, für den ist es 90-10, dass die Sache gut ausgeht, so wie, ja, jedes andere, jeder andere Weg eben auch so eine 90-10 Chance hat, dass alles gut geht. Das bedeutet, irgendwo fühle ich mich auch gefangen in meiner eigenen Erfahrung und auf der anderen Seite möchte ich aber Leute davor bewahren, sich in Gefahr zu bringen und dafür nehme ich leider sehr oft eine sehr unbeliebte Haltung ein, nämlich die Haltung, dass ich sage, stopp, hier gehe ich nicht mehr weiter, mach du, was du willst, aber ich gehe hier nicht mehr weiter, das Risiko wird zu groß. Und die Menschen glauben aber immer, dass sie mir etwas bewiesen haben, wenn sie dann oben stehen und mir zuwinken können quasi, aber sie haben in Wirklichkeit nichts bewiesen. Sie haben in erster Linie nur gezeigt, dass sie bereit sind, so viel Risiko für so eine wertlose Aktion einzugehen, dass sie, ja, sie waren bereit, ihr Leben dafür zu riskieren. Und ich glaube, es ist das eine, wenn ich sage, wenn ich nichts sage und, ja, stapft er halt dann drauf los und es gelingt. Aber es ist das andere, wenn ich ihm vorher gesagt habe, dass es eine hoch riskante Situation ist. Und deswegen passieren dann diese Dinge auch oft aus Trotz. Und ich möchte nicht darauf eingehen, was ich in Bezug darauf schon für Erlebnisse gemacht habe, in letzter Zeit, aber auch in fernerer Vergangenheit. Aber es ist doch irgendwie symptomatisch für die Gesamtproblematik. Wir stolzieren in den Bergen sehr gerne, um uns zu präsentieren. Und wenn, und das sieht man an Social Media, auf Instagram und auf all den anderen Plattformen eigentlich ganz gut. Und sobald wir aber jemandem, dass jemandem das wirklich in direkter Weise präsentieren wollen und uns sozusagen beweisen wollen, und da bin ich leider eine, eine sehr beliebte Plattform, um mir irgendetwas zu beweisen, dann, ja, dann ist es irgendwie, dann wird es richtig absurd. Denn dann begibt man sich in noch größere Gefahren, weil man kann nicht nur posieren, man kann nicht nur die Dinge gefährlich aussehen lassen, man muss große Gefahren eingehen, um dann vermeintlich respektable Leistungen zu erbringen. Da kann ich aber gleich mal vorweggreifen, wer mit mir Touren geht und sein Leben riskiert für Kleinigkeiten, die nicht notwendig sind, wie zum Beispiel einen unbedeutenden Gipfel, und deshalb ein Nassschneefeld quert, das so steil ist, dass normalerweise schon Lawinen abgehen, unter sehr guten Bedingungen, der verdient sich nicht meinen Respekt, der verdient sich in erster Linie nur die Frage, was er mir damit jetzt bewiesen hat. Und ja, er natürlich, er hat Mut bewiesen, aber er hat auch bewiesen, dass er gerne bereit ist, sein Leben für Aufmerksamkeit zu verschwenden. Naja gut, das ist seine persönliche Entscheidung. Nur ich finde es immer dann traurig, wenn ich persönlich auch dann darunter leide, denn mir ist es nicht egal, ob ein Menschenleben riskiert wird, egal ob aufgrund von eigener Blödheit oder aufgrund von Fremdverantwortung. Und ja, man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist ja sein Problem, aber persönlich trifft mich das einfach und das gebe ich gerne zu. Ich möchte nicht, dass Menschen ihr Leben unnötig riskieren und deswegen pflücke ich auch jedes Jahr im Sommer immer wieder Leute aus der Nordkette, auch ungefragt, das gebe ich gerne zu, die mit ihren Sneakern und mit ihren Alltagsstraßenschuhen irgendwo sich verstiegen haben und in einer steilen Grasflanke herumstehen. Und ganz besonders fällt mir das eben dann auf, wenn Leute sich mit mir challengen wollen, wenn Leute mit mir nur deshalb Bergsteigen gehen wollen oder trainieren gehen wollen, um mir irgendwas zu beweisen, um mich herauszufordern. Und da sehe ich so einen absurden Konkurrenzgedanken. Ich habe, als ich die Alpen Academy gegründet habe, nie vorgehabt, mich mit irgendwem zu prügeln, zu messen. Ich wollte nie irgendwem beweisen, wie gut ich Bergsport drauf habe, wie fit ich bin oder wie schlau ich bin oder wie viele Techniken und Ausrüstungsgegenstände ich kenne und erklären kann. Das war nie meine Intention und auch nie mein Ziel. Aber gerade von der jungen Generation wird es leider mittlerweile immer öfter als Provokation verstanden, dass ich meine Trainings dokumentiere und filme. Es wird als Provokation verstanden, dass ich auf grundlegende Dinge in meinem Grundlagenkurs eingehe und sie erkläre. Jeder glaubt nun, er muss sich irgendwie beweisen, indem er mir erklärt, also jeder ist natürlich vollkommen falsch, Entschuldigung, das ist natürlich nicht richtig. Manche, jeder weiß ein vollkommen falscher Begriff. Manche sind eben der Meinung, dass sie nun irgendwie zeigen müssen, was sie können. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle, auch wenn der Podcast natürlich nicht so stark gehört wird, wie viele meiner Videos geklickt werden, möchte ich trotzdem an dieser Stelle darauf hinweisen. Mir kann man nichts beweisen. Ich habe in meinem Leben viele sehr, sehr, sehr gute Bergsteiger gesehen und ich habe Respekt vor ihnen. Aber ich habe genauso viel Respekt vor ihnen, wenn sie sehr, sehr gute Schachspieler sind, wenn sie sehr, sehr gute Computerprogrammierer sind, wenn sie sehr, sehr gute, ja, weiß ich nicht, wenn sie sehr gut darin sind, Geschirr abzuspülen. Dafür kriegt ein Mensch genauso viel Respekt. Das bedeutet, mir etwas zu beweisen, indem man schneller läuft als ich, indem man schnellere Zeiten zu irgendwelchen Zielen schafft, indem man mehr Höhenmeter pro Tag schafft. Das führt zu nicht, nicht zu mehr Respekt. Ich habe keine größere Achtung vor einer Person, nur weil sie mehr leisten kann. Und deswegen gehe ich am liebsten Touren mit Leuten, die darauf einfach gar nichts geben, die einfach Bergsteigen gehen wollen, die verstanden haben, dass man für manche Touren einen Partner braucht oder es schön ist, mit einem Partner einen Berggipfel zu teilen, anstatt alleine ins Tal hinunter zu schauen und das ganz ohne Leistungsgedanken, sondern einfach nur, um eine Gemeinsamkeit ausleben zu können. Das bedeutet, ihr braucht sportliche Anfragen über so schnell wie möglich darauf oder um die Wette laufen oder sprinten oder sonst was. Das braucht ihr mir gar nicht zu schreiben. Ich werde darauf nicht mehr eingehen. Ich habe es zu Anfang probiert, den Leuten zu erklären, warum mir das irgendwie zuwider ist. Aber darauf kamen meistens nur sehr kindliche Reaktionen, wie, dass ich ja gar nicht fit bin oder dass ich nur Angst habe oder dass ich meinen Ruf ruinieren möchte. Da kann ich ganz ehrlich dazu sagen, ich habe keinen Ruf. Also ich wüsste nicht, dass ich einen Ruf habe. Als was denn? Als Internetclown? Als Kasper? Also ich weiß nicht, ich kenne meinen Ruf ehrlich gesagt nicht. Vielleicht als jemand, der gut Sachen erklären kann. Aber definitiv habe ich keinen Ruf als Spitzenathlet und ich habe auch keinen Ruf als jemand, der den ganzen Tag behauptet, dass er besser ist. Wenn ihr bessere Athleten seid, dann ist das ganz, ganz, ganz was Großartiges für euch und bitte bewahrt euch das bei. Aber hört auf, euer Ego überall zu verteilen. Das zeigt nur die innere Schwäche. Das zeigt nicht, dass man wirklich was drauf hat, sondern das hat nur was mit innerer Schwäche zu tun und mit einer inneren Unzufriedenheit. Also es geht nicht darum, gut zu sein, sondern es geht darum, irgendjemandem zu zeigen, dass man gut ist. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr unsympathisch und ich glaube, dass die sozialen Medien einen großen Teil dazu beitragen, dass wir mit dieser Problematik konfrontiert sind. Wir können nicht mehr einfach bergsteigen gehen. Wir müssen uns präsentieren und immer wenn wir einen Bergpartner dabei haben, dann müssen wir uns noch intensiver präsentieren und noch stärker zeigen, was wir können. Und das größte Problem ist es dann, wenn Leute in den sozialen Medien sich als Alpinisten präsentieren und anspruchsvolle Touren gehen und extrem bergsteigen gehen und dann müssen sie sich, unter Anführungszeichen müssen natürlich, müssen sie sich beweisen, wenn man zum Beispiel gemeinsam auf Tour geht und dann gehen sie eben Risiken ein, die sie überhaupt nicht unter Kontrolle haben, weil sie der Meinung sind, dass sie nun das, was sie immer schauspielern in den sozialen Medien, nun auch tatsächlich umsetzen müssen, weil sie sonst ihr Bild verlieren, weil sie sonst sich nicht mehr in den Spiegel blicken könnten und weil sonst quasi die Tapete, die Fassade bröckeln würde. Und am einfachsten ist es, sich in solche Situationen gar nicht zu begeben, indem man einfach erst gar nicht damit anfängt, sich selbst so darzustellen. Denn dann hat man nie einen Ruf zu verlieren. Jemand, der immer nur Bilder davon postet, was für extreme Free-Solo-Klettereien er macht, kommt vielleicht irgendwann in die Situation, dass jemand fragt, willst du nicht mit mir mal gemeinsam Free-Solo-Klettern gehen und mir das zeigen? Und wenn das aber alles davor, all diese sozialen Medien, all diese Inhalte, geschauspielert waren und fake waren und dargestellt waren und nur dramatisch ausgesehen haben, aber nie dramatisch waren, dann bringt man sich selbst in eine Falle, die man einfach gar nicht erst erzeugen müsste, indem man einfach sagt, ich bin ein ganz normaler Bergsteiger, so wie du und ich. Ich mache keine extra dramatischen Bilder, weil ich auch keine extra dramatischen Touren mache. Und meine Bilder dramatischer zu gestalten, als sie sind, ist einfach langweilig. Denn viel spannender ist es doch einfach, Touren zu machen, die einem gefallen und dann fröhlich darüber zu sein und froh darüber zu sein, dass man sie geschafft hat und genau das zu genießen. Ein Drama, das man konstruiert hat, hat man nicht genießen können. Man konnte nur etwas aus einem Drama lernen, das tatsächlich stattfand. Und eigentlich ist es genau das, was wir in den Bergen eben nicht wollen, das Drama. Wir wollen Herausforderungen, wir wollen Abenteuer, wir wollen etwas erleben, aber die Dramatik dahinter, die wollen wir dann letztlich eigentlich nur auf Social Media, weil man die einfach leicht verkaufen kann, weil da leicht mal Likes und Klicks entstehen. Und mit guter Laune, mit Abenteuern, da entstehen selten so gute Aufrufzahlen wie mit fast abgestürzt oder einem Bild, auf dem man einen Menschen sieht, der in einer ganz, ganz steilen Wand hängt und nicht gesichert ist und dann merkt man aber erst, dass zwei Meter drunter eigentlich der sichere Boden ist und so weiter. Ja, diese Episode war heute etwas wirr, das gebe ich gerne zu, aber irgendwie war mir das heute ein, ja, ein Herzensthema und ich wusste nicht so ganz, wo ich anfangen und aufhören soll und ich möchte natürlich niemanden hier persönlich beleidigen, ähm, es geht nicht um eine fehlende Sympathie gegenüber der einen oder der anderen Person. Ich glaube, wir sprechen hier von einem Einstellungsproblem und nicht vom Problem, dass eine Person ein Arschloch ist, weil es die ganze Zeit versucht, sich selbst darzustellen. Aber falls man sich jetzt gerade irgendwie angesprochen fühlen sollte, ähm, dann sollte man vielleicht einfach mal darüber nachdenken, ob es wirklich so smart ist, einfach immer so weiterzumachen. Und ich möchte diesbezüglich noch ein kleines, einen kleinen Erfahrungsbericht ganz kurz noch einwerfen, den ich vor kurzem hatte. Ähm, ich bin mit jemandem, ähm, unterwegs gewesen, eine kleine Tour, einfach nur, um, um sich kennenzulernen. Diese Person, vollkommen egal, ob männlich, weiblich, vollkommen egal, ob man sich, also, ganz egal jetzt, ja, kein Name, nichts. Es geht nur um das. Diese Person kannte mich nicht aus dem Internet oder, oder so. Man hat sich zufällig, ich habe sie, ich habe, äh, ich habe diese Person zufällig einfach, äh, wo kennengelernt. Und dann ist man eben mal eine Bergtour gegangen. Vielleicht kann man ja später mal eine, ein komplexeres Projekt gemeinsam machen oder so, wäre ja ganz cool. Und was dann passiert ist, wir sind gegangen und gegangen und es war ein leichter Wanderweg zu einer Hütte rauf und wir wurden immer schneller und schneller und schneller und schneller. Und irgendwann war sie vollkommen fertig. Und als wir oben angekommen sind, hat diese Person wirklich einen halben Herzinfarkt gehabt. Und das Interessante war aber, dass ich 10, 15 Minuten zuvor, bevor mir das, das so ganz deutlich aufgefallen ist, habe ich, habe ich diese Person gefragt, ob sie nicht langsamer gehen möchte. Weil ich, ich wurde nicht, also ich habe mich quasi an ihr Tempo angepasst, aber die Person wollte ständig sozusagen vorpreschen. Die wollte die ganze Zeit irgendwie zeigen, dass sie mithalten kann. Dabei habe ich das Tempo gar nicht vorgegeben, sondern sie. Und, äh, die Person hat dann letztlich gesagt, nein, das ist mein normales Tempo. Und ich wusste aber, dass es nicht das normale Tempo der Person ist, denn es war viel zu schnell für sie. Also, das war ein, ein, ein Erlebnis, wo ich mir dachte, ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das bringt das komplette Problem von Stolz, Ego und sich beweisen zu müssen auf den Punkt. Bis zur nächsten Woche. Bergheil.